Bord sehe ich nicht ganz so, es ist nach wie vor Brauchtum. Ich sage immer, zwei Tage im Jahr ist ein Bewerb. Das ist immer das Gemeindeschnalzen und das Rupertigau-Preis-Schnalzen. Dazu natürlich für die meisten passen auch die Platzierung, was sie erreichen. Und Rivalität ist immer das falsche Wort. Also gerade so wie heute, wo so gut geschnalzt worden ist, man freut sich eigentlich für den anderen, weil man weiß, was dahintersteckt.